Ich bin sehr gelangweilt. Ich habe meine deutschen Connect-Hausaufgaben den ganzen Tag gemacht, aber bin ich noch nicht fertig. Ich stimme dazu. Die deutschen Hausaufgaben sind sehr langweilig. Ich weiß, was wir tun sollten. Lass uns einen deutschen Radio-Sender hören. Oh, gute Idee. Ich liebe deutsche Musik. Heute haben wir eine besondere Gelegenheit. Jugendlichen Menschen, kurz genau zu. Brian, hör genau zu. Wenn Sie den Radio-Sender zuerst anrufen, können Sie eine kostenlose Reise für zwei Personen nach Heidelberg gewinnen. Bitte rufen Sie uns unter dieser Nummer an. 2-1-2-333-9999 Wir müssen sofort anrufen. Hallo? Hallo, wir sind Brian und Claudia und wir sind Studenten an der Yale-Universität. Schon, Sie können zu lernen. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind unsere glücklichen Gewinner. Sie haben beide einen Ausflug nach Heidelberg gewonnen. Unglaublich. Ich kann nicht glauben, dass wir nach Deutschland gehen. Claudia und Brian, hier du bin. Sind Sie zwei Claudia und Brian? Ja, ich bin Claudia. Und dies ist Brian. Bist du unsere Reisekinder? Genau. Schön, sie zu treffen. Freut mich. Wir freuen uns auf diese Reise. Lass uns ein Taxi bekommen. Hattet ihr einen guten Flug? Ich hoffe, dass es nicht allzu lang war. Ja, es war ein bisschen lang, aber die Flugbegleiter haben uns viel Wasser und Mahlseite gegeben. Ich schlief fünf Stunden. Es war toll. Weil ich nicht im Kinksort schlafen könnte, bin ich jetzt müde. Wir werden erst im Restaurant essen und dann kannst du dich im Hotel ausruhen. Hier haben wir eine typisch deutsche Spicekarte. Es gibt Bratwurst oder Kartoffelpuppe als Vorspeise. Und es gibt Hähnchenschnitzel oder Winterkulade auf Hauptgericht. Und es gibt Streusel auf Nachspeise. Mh, das hört sich lecker an. Ich habe viel Hunger. Haben Sie Flammkuchen? Ich mag Flammkuchen. Na, sicher. Flammkuchen ist eine Spezialität der Region Baden-Württemberg. Fantastisch. Ja. Guten Tag. Was wollten Sie? Eine Bratwurst für mich, bitte. Und eine Bratwurst und einen Kartoffelpuffel für Sie zu besuchen. Mh, gut, gut. Was macht ihr als Hauptgericht? Mh, was denkst du, Lilly? Ich habe keine Gerichte probiert. Du sollst der Hähnchenschnitzel hier probieren. Es ist sehr lecker. Mh, in Ordnung. Ein Hähnchenschnitzel für mich, bitte. Und natürlich einen Flammkuchen für mich, bitte. Sofort. Der Hähnchenschnitzel war sehr lecker und süß. Ich bin froh, da du es genossen hast. Das war der beste Flammkuchen, den ich je gegessen habe. Jetzt, wo ihr zwei voll seid, werde ich euch zum Hotel bringen. Etwas Ruhe wird gut sein. Wann würden wir uns morgen treffen? Mh, um 9 Uhr morgens, in der Lobby. Mh, sehr gut. Bis morgen, Lilly. Bis morgen. Guten Morgen. Heute beginnen wir unsere Startfrühnfahrt mit der Heidelberger Universität. Das ist mein Lieblingsplatz in Heidelberg, weil ich hier eine Studentin bin. Sehr cool. Wie alt ist diese Universität? Dies ist eine der ältesten Universitäten in Deutschland. Die Universität wurde 1386 gegründet und hat viele Traditionen. Wow, das ist sehr alt. Auch haben wir 31 Nobel Prize-Dragers. Hier sehen wir die Universitätsbibliothek. Sehr toll. Und was denkst du über die Stadt Heidelberg? Ich liebe diese Stadt. Jetzt gehen wir in die Augstadt. Wow, das ist fantastisch. Ich möchte einige Souvenirs zurückbringen. Im Moment gehen wir auf die Hauptstraße. Jetzt sind wir auf dem Markt. Hier kannst du zwei Dinge kaufen. Okay, wir sind jetzt einkaufen. Aber ich habe kein Geld. Mag dir keine Sorgen. Diese Tour ist fast vorbei. Also musst du nicht mehr Geld ausgeben. Und was ist dieses großes Gebäude vor uns? Es sieht aus wie eine alte Kirche. Das ist die Heiligeist Kirche. Es ist die berühmteste Kirche in Heidelberg. Okay, jetzt können wir mit der S-Bahn zum Philosophinweg fahren. Das ist der Philosophinweg, nördlich des Neckars in Heidelberg. Das ist so schön. Wir können so viele Dinge auf diesem Weg sehen. Schau, ist das ein Schloss? Ja, von hier aus sieht man das Heidelberger Schloss. Es wurde im 13. Jahrhundert erbaut. Das ist wirklich alt. Es ist alter als hier. Ich wünschte, ich war eine Prinzessin und hätte in einem Berg gelandet. Sie können die Altstadt auch von hier aussehen. Ja, du hast recht. Wir waren einfach da. Das ist so schön. Ich habe unsere Zeit hier sehr genossen. Es war so schön, euch zu treffen. Es war toll, dich auch zu treffen. Vielen Dank, dass du uns Heidelberg gesagt hast. Können wir dich wiedersehen? Ich hoffe, dass ich bald die USA besuchen kann. Das wäre gut. Wir können dir eine Tour machen zusammen. Das war toll. Ich werde diese Reise nie vergessen. Was denkst du, sollten wir nicht mehr studieren und nach Heidelberg zurückkehren? Wow, das ist eine verrückte Idee. Vielleicht eine gute Idee. Aber ich glaube, wir haben zu viele Hausaufgaben. Wir müssen gute Studenten sein. Ich stimme zu. Vielleicht können wir eines Tages nach Heidelberg im Urlaub oder zur Arbeit zurückkehren. Ja, und hoffentlich würden wir Lilly bald in den USA sehen.